Meine Pflanzen sind einfach glücklich. Die schauen mich wirklich glücklich. So als wären die fröhlich. So richtig glücklich schauen die mich an. Weil die einfach in schöner Qualitätserde abblühen. Wir haben eine Hexe gefunden. Also sie sind echt. Die sind einfach super zufrieden. Das ist krass wie zufrieden die sind. Schauen wir mal ob wir den killen können. Ich glaube nicht. Wir gehen einfach erstmal davon aus, dass wir es nicht können. Peng. Jetzt können wir am Ende eh arbeiten. Damage ist gut. Die Autos sitzen auch. Die sitzen. Weil die haben ja keine Beine. Alles what no meat is paying. Raus damit. Zack. Tschüss. So schnell geht das. Later. Later. Tschüss. Das macht doch ein Champions doppelten Schaden oder nicht? Oder sehe ich das verkehrt? Ich brauche noch ein bisschen live muss ich ziehen. Ich könnte Flash, Ulti, Q. Aber ich muss live ziehen. Nein, so eine Scheiße. Scheiße. Das war natürlich auch extrem greedy von mir, aber er ist auch schon super fett. Der ist ein 5-0, Leute. Was macht ihr denn? Oh, nicht schon wieder ey. Aber jetzt werde ich halt die ganze Zeit von diesem Pisser gekämpft. Kacke ey. Ja, ich meine alle anderen Lanes sind gesmashed worden. Jetzt brauchen wir nur noch mit Lanes smaschen. Siehste, Boatland ist jetzt nämlich dann. Oh man, Leute. Guys, just play. Das einzige, was ich jetzt noch machen könnte, was eventuell hilft, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Was ist das nicht so? Ich hab halt auch Hunger, aber wir müssen das Beste aus der Situation machen, Leute. Das Beste. Ich werd's noch weiter versuchen. Ich bin immer der, der weiter versucht, aber 3.17 ist hart. Aber wir machen das Beste aus der Situation und zwar, wenn dieses Game gleich vorbei ist, ist meine Schüssel sauber gewaschen und ich kann Cornflakes essen. Das ist geil. Ja, ist ja gut. Gut. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Ja, guck mal, vielleicht kriegen wir ja hier noch ein paar Kills-Leute. Also, also motiviert bin ich, bockwärtig. Ist alles nice. So, vielleicht können wir in den Tower Kassadin, wollte grad sagen, ist gar nicht mehr da, aber jetzt ist er da und ist wahrscheinlich so instant fett, dass... Okay, jetzt geht's, aber jetzt ist meine Zeit. Jetzt ist my time. It is my time to shine. Nova des Todes. Bang. It is always killed you. Oh. 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 Tausend Pferde weit. Da, 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 da. Dieser Shen hat jetzt frei gepflegt. Du wirst jetzt gekillt. Komm her. Na ja, besser nicht. Leute, besser nicht, 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 besser nicht. Einen Fall. Pfeile des Todes. Cutie-Made des Todes. Ehe des Todes. Oh. Naja, ist ja falsch, oder? Ich hab noch ne Nova des Todes. Und... Bang. Der muss doch irgendwas sterben, jetzt hier. Ich... Naja, ich... Also ich ja. Also ich ja nicht. Das war aber auch echt... Das war eigentlich... Dafür, dass wir 6 für den Zeugnis sind, war der Tread echt close und mal lose. So, verpiss dich, du Kuh. Ne, komm her. Jetzt kann er sich verpissen. Ja, den bekommen wir jetzt raus holt, wäre es okay. Vielleicht kommt ja jemand hinterher. Okay. Wir sehen jetzt. Die Tristana kriegt jetzt Damage. Wo ist der Lee Sin hin? Der ist ja 3 Kilometer gesprungen, irgendwie. Der ist ja dumm. Der ist auch dumm. Da geh ich jetzt hin. Tär um. Ich mach den... Die sind ja... Lee Sin ist der Throat Champ des 30. Des 40. Und des 50. Jahrhunderts. Ist er einfach so? Der hat ein Play gemacht. Der war auf einmal hier hinten irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Das ist jetzt nicht so geil, dass hier Olaf noch stirbt. Das ist nicht so geil. Aua, der hat mir voll viel Damage gemacht, der Harrod. Der Harrod. Oh, ich hab Tristana. Tötet sie. Nice. Ich hab sie gekillt. Ich? Was? Also, ich hab sie nicht gekillt, aber ich hab dafür gesorgt, dass sie gekillt wurden. Waren, 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 waren. Sagen. Du Sagen. Nice. Goliath. 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 Aaaaaaah. Aaaaaaah. Quatsch. Papp, 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 papp. Ich hab noch ein Stuttenglas. Ganz zur Not. Konzentriere. Und ich sauge dich aus, weil ich der Saugstöpselstrahlman bin. Hahahaha. Ha, 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 ha. Das war seine letzte Hoffnung, um ihn zu töten. Ich steh da im Goldglas. Wer im Goldglas geht, der sollte dich mit Stein beworfen werden. Oh, weil das ist dumm aufs Wren. Der braucht Taken. Sag doch sowas. Sag doch sowas. Kannst du sowas nicht sagen Was ich brauche ist Schaden Und wer Schaden hat, der braucht keinen Der braucht keinen Tank Was brauche ich? Ja, richtig Fucking Damage Pau Brrr Ich muss Tristana leuchten Tristana und Okay, wir gehen auch Der ist auch Der ist auch okay Könnte einen Flash ihm machen Meint ihr, dass es klappt? Okay, jetzt auf jeden Fall nicht mehr Aber jetzt könnte es klappen Was, ist die nicht gerade erst gesprungen? Die hat wahrscheinlich ihre Bombe ready bekommen Kann das sein? Ist das true? Ah, jetzt habe ich es einfach Irgendjemand habe ich Irgendjemand Alter, ich mache den Ah, das ist cool Das Game Es stand 2 17 Es stand Oder 19 Es stand 2 19 2 19 Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist der Beweis, dass Lee Sin der schlechteste Solo-Q-Champion ist, den es in der ganzen Weltherrschaft gibt Spielt kein Lee Sin und wenn ihr Lee Sin im Team habt, geht raus und hört niemals auf, auf euer Herz zu hören Ich habe Hunger und esse Cornflakes Tschüss Das ist das Das ist das Bis zum nächsten Mal.